Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Damm. Ich bin 53 Jahre und möchte an dieser Stelle ganz besonderen herzlichen Dank sagen an alle Menschen, die mich im Jahr 2021 in besonderer Weise auch im Wahlkampf unterstützt haben. Ich bin in vielfältiger Weise engagiert, politisch in der Partei Die Linke, gewerkschaftlich in der Gewerkschaft Verdi und sozial. Das liegt vielleicht auch an meinen Berufen als Journalist, Gesundheits- und Krankenpfleger, Krankenpfleger und Autor von zwölf veröffentlichten Büchern und Musik- und Medienproduzent. Ich darf auf zwei meiner Musikalpen aufmerksam machen, die mir sehr wichtig sind. Für Frieden, lovepeacepeople.de finden Sie unter anderem auch bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Music, bei Microsoft Groove und vielen, vielen anderen Diensten, natürlich auch bei Amazon. Wenn Sie sich wundern, weshalb ich ab und an als Andreas Damm, Fürst von Lichtenstein, Castelkorn und Andreas Damm, Graf von Wolf zu Wolfstal auftrete, dann liegt es daran, dass dies Ehrentitel sind. Ehrentitel für soziales Engagement, für Menschen und für Tiere in Notlagen. Ich bin seit 37 Jahren, seit 1984 berufstätig und verfüge über eine Berufserfahrung als Krankenpfleger von 26 Jahren. In der Folge von mehreren Unfällen bin ich leider schwerbehindert und auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen. Und so versuche ich mittels Radiosendungen, mittels Fernsehsendungen bereits seit 1984 mich für Frieden, für Liebe, für Gerechtigkeit, für soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit zu engagieren. Und dafür durfte ich auch schon mal nach Mainz in die Staatskanzlei reisen und habe auch zum Dank einige Ehrentitel erhalten. Das sind natürlich nur Ehrentitel und keine Titel, die von Geburt an mir geschenkt worden sind. Dennoch bin ich sehr, sehr dankbar für alle Hilfe. Ihr Andreas Klamp